hey leute was geht and welcome back to meinem channel cool ja wir spielen eine challenge mit alex gamer king aka till aka freund und hallo ich bin der coolste and battle monkey ja das ist noch ein freund der kann nicht reden weil er hat kein headset aber das wird schon und wir machen so eine challenge und zwar wir dürfen den gegnern keinen schaden zufügen und müssen deswegen uns immer so aus den gefechten raushalten und dann halt so gucken dass wir uns sehr hoch hielen voll das ziel ist es der letzte zu sein denn okay ich brauche diese waffe nicht der noch lebt und der letzte der noch lebt der letzte der noch lebt kriegt irgendwas also ja natürlich ist das ziel einmal der letzte zu sein der noch überlegt aber was wahrscheinlich das auch ein sehr großes ziel für uns alle ist ist es einen epischen sieg durch ein heal aufzukriegen ja das probieren wir das mit mir nicht funktionieren wird weil ich bin so schlecht naja in dieser challenge muss man nicht gut sein bei mir ist ein gegner erst mal hinter einem stein bei einer brücke instant in einem busch bei stein verstecken also mein blut eigentlich zehn bandys und ein medica bei mir noch ich sag du bist darf man diese die waffe mitnehmen ja es ist ja fortbewegung du sollst damit aber nicht die gegner abschließen sondern er dich also insgesamt wir dürfen keine autos keine flugzeuge und keine verbote benutzen ich bin noch in zone ich nicht ich laufe jetzt vielleicht hier so außenrum so in die zone und war geil und deswegen jetzt so ein bisschen zeitrauffer action durch den design lauf so wichtig ich habe mir geschenkt so wichtig die ja ich bin die war ganz nah zwar mehr laufen der botz in diesem bogen machen ich sehe es nicht so viele ich glaube gar nicht dass es so gesund ist wie viele kristallische gerade esse also kristallige ich habe schon sieben kristalle gegessen hintereinander 8 ist immer noch meine komische stimme drin ja ja ups sorry ich zieh auf aus diesen angelstellen nur waffen ja kenne ich man kann sich echt mittel ist riss fisch das ist richtig wichtig oder schild ortel hatten riss fisch jetzt wird kritisch jetzt wird langsam kritisch ich bin bei ihm nein bei mir schon wieder an gegner noch ein riss fisch als ob ich muss unbedingt anfangen zu angeln leute ja das stimmt okay ich war ja nicht und ich bin eigentlich auch nicht so weit weg von sona das ding ist halt ich brauche eine angel oh alex wurde entdeckt nein auf mich wurde auch gerade wieder geschossen oh shit ich bin viel zu offensichtlich glaube ich gerade dritte riss fisch kann ich nicht mitnehmen ich habe hier im flabtau gegner und rechts nimmt mir das mandu ich muss mich jetzt irgendwo verstecken leute ich mache jetzt die oldschool taktik so wie man das früher gemacht hat okay ich nehme jetzt einfach drei riss fische mit statt der angel ja da liegen noch minis leute da liegen minis bewertet mal meinen loot drei riss fische schon mal 15 bandys drei mad kids und sechs pilze ja gut also man muss echt sagen ich habe gerade den krassesten loot weil vor allem die riss fische dort die sind sehr wichtig ja aber da kann ich ich kann halt nein gegner hat mich gefunden ich muss schnell hier rein hier wird er mich nicht finden das ist nicht so gut mhm der hat aber es bringt zumindest etwas nein wenn da gegner sind ja aber der hält gegner auf nein nein wenn da gegner sind dann wissen die dass da auch dass du da auch bist ja aber mal so genau weiß man es ja nicht und fürs endbattle wenn der dort noch lebt ist es halt doch krass bei mir sind gegner nein bei mir sind ganz viele gegner schein kleister mit mir ich habe noch keinen einzigen gegner ich werde von rechts und links abgeschossen ich habe wirklich schwöre ich habe noch keinen gegner gesehen ja ich werde von rechts und links abgeschossen ich werde einfach weg ja ich habe aber leider keinen rift fisch und auch nichts womit ich schneller sein kann Leute ich muss versuch ich muss jetzt da hoch und okay hier liegt loot das ist gar nicht gut dass ich habe zehn slurpfische bei mir ist bei mir ist gegner jetzt habe ich verkackt jetzt habe ich verkackt jetzt habe ich verkackt jetzt habe ich verkackt Leute jetzt ist es aus mit dir Emil angelt gerade einfach. Jetzt ist es aus mit ihm, jetzt ist es aus. Obwohl da ist ein Busch, wenn ich richtig Glück habe, kann ich mich dort reichen. Ich verfolge jetzt Emil. Nein. Ich habe mich im Busch verstecken können. Leute, das war zu knapp, das war zu knapp. Ich muss hier wirklich jetzt nicht warten, bis die Sonne kommt. Ja, mein Moment hält sie gerade auf, ne? Das heißt, wir müssen jetzt abhauen. Nein, nein. Alex, du bist das Kopfgeldziel. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Eine Frage, dürfen wir Leute dann Pickaxe hören? Nein, Alex ist so ehrenlos. Oh mein Gott. Ich verfolge Mats einfach. Nicht so, mein Freund, nicht so. Alex ist wirklich nervig. Lol. Battle Monkey und dich laufen die ganze Zeit zusammen rum. Oh, oder wie ein Mensch da gerade reingekommen ist Mats, ne? Das Ding ist, ich habe halt zehn Slurpilze. Ach man, Till ist so gut ausgerüstet. Verdammt. Oh, der Alex will verrecken. Bitte, er ist so nervig. Bitte. Das ist Mats. Ja, das ist Mats. Ja, das ist Mats. Ja, das ist Mats. Krasser Loot, ne? Das ist schlecht, Alex, weil das lockt Gegner an. Lark. Ich habe ihn eingesammelt. Also, außer die Waffe. Oh, wir müssen leicht ins Zone. Ich muss ziehen, ne? Ich muss ziehen. Helfe, ich will weg von Alex. Der Wachen geht auf mich. Ja! Okay, das könnte jetzt der Totschlag für Alex sein. Vor allem, weil dann auch Gegner das noch hören. Oh, Till, es geht gleich ins Finale zwischen uns beiden. Ich glaube, Alex hat gerade gewaltige Probleme. Ja. Ich habe halt gerade so eingesetzt. Ich habe meine ganzen Mets verwendet. Helfe! Nein! Nein! Yes. Alex down, Alex down! Ich war halt das Kopffeld von denen. Richtig. Verklopper. Max, das ist das letzte Squad. Aber sehr gut abhauen. No way. No way. Till, mach Rissfisch. Mach Rissfisch. Das ist dumm, wenn wir jetzt die Mets verschwinden. Aber stimmt, wir spielen gegeneinander. Aber dann sehen die, dass ich geriftet bin. Ja, stimmt. Also, wenn es ins Heal abgeht, hat Till verloren eigentlich. Wieso? Ja, du hast halt... Ich habe ein bisschen mehr Heal. Ich habe drei Millikits, zehn Bandles, zwei Flopper. Was hat mehr Heal? Ja, ich habe halt... Vor allem auch auf Zone ausgelegt ist. Ich habe halt ein Show-Flopper und sechs Millis. Okay, das wird jetzt interessant. Diese Box... Bitte sag, dass die Box jetzt endlich fertig ist. Ja, nice. Warte, ist Gegner. War Gegner. Der Gegner hat's mitgeportet. Oh, shit. Der ist im Regen zu fallen. Und er ist easy weggekommen. Das ist wirklich, wirklich easy. Ah, nee, ich bin nicht ins... Schießen die auf dich, Mats? Nö. Das sind ja noch ein Gegner, Mats. Es leben... Ja. Noch zwei ist gut. Drei Gegner. Die Zone erreicht mich noch nicht. Till muss jetzt move'n. Oh, das wird ziemlich... Wir müssen eigentlich versuchen ins Ziel aufzugehen. Sonst haben wir keine Chance. Pickaxe sind blöd bei denen nicht. Ich meine, die haben Tags und so. Alter, da ist nichts mehr. Ja. Ich weiß nicht, ihr dürft was Pickaxen. Ja. Doch. Allein nicht darfst du. Ich glaube, ich baue mich dann ein kleines bisschen mit 90s hoch. Und versuche dort dann zu schulden. Ich glaube, das mache ich jetzt schon. Ich glaube, ich baue mich jetzt schon ein bisschen hoch. Ja, ich muss es tun. Nein, bei mir sind Gegner. Shit. Das war's. Ja. Das war's, das war's, das war's. Ich camp hinter einem Baum. Komm, jetzt auf den Move. Nein. Ja. Oh mein Gott. Ich habe mich leicht gesaved. Er rennt. Nein, 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 nein. Nein. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Nein. Nein. Wir können das Gerät jetzt den 31er machen. Was ich nicht sage. Was macht er denn noch? Man weiß eigentlich, welchen ich meine. Nein, eigentlich weiß ich das nicht. Nein, 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 nein. Das wars für Till. Eee, das war's für Till. Das war's für Till. Das war's für Till. Ich kann mich nicht länger hochhalten. Aber ich kann noch gewinnen. Wenn Till jetzt sofort stirbt. Während ich noch noch bin. Und dann muss er aber gefündigt sein. Und ich bin auch. Till hat gewonnen. Aber Till, du kannst vielleicht noch was... Nein, okay. Nein, es war so knapp. Es war so knapp. Okay, Leute, damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und über einen Daumen hoch würde ich mich aufreien. Schaut auch bei Alex vorbei. Wenn der wieder ein Video hat, wird auch interessant. Und zeigt mir doch in den Kommentaren. Oder ja, ob es euch gefallen hat. Und schreibt hin, was wir Till jetzt schulden. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ich bin Granatik und wir sehen uns im nächsten Video.